Grundus, du hast kein Schlager, Bruder, Musstos, du bist ein Justus. Sonnenschein, ich bin breit, Eis ist kalt, sie verknallt, wird geknallt. Halte dich an mir fest. Digga, da blüht mein Herz auf. Meine Pizza! Oh fuck, Alter, oh nee. Fuck, 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 nicht mit Krüppelfuß-Pizza, oh nein. Aua, aua. Blaue Nippelsticker, genau. Ich will Nippelsticker, wo Rezos Kopf drauf ist, wisst ihr, die will ich haben. Ich muss jetzt mal jede hochbauen. Ah, fuck my life, Alter. Hier sind so viele Mobs wieder. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, Alter. Oh mein Gott, aber drei Creeper, die auf einmal um die Ecke kamen, Alter, fick mich doch. Oder raus. Ich geh jetzt aber straight ins Wasser rein, hier. Du könntest auch sterben. Das geht, Chad, Alter, hier sind gerade so viele Leute da. Okay, das könnte jetzt echt interessant sein. Aussehen entscheidet darüber, ob man eine Person ins Bett bekommt. Der Charakter entscheidet darüber, ob sie auch zum Frühstück bleibt. Freunde, mhm. Das ist es, Freunde. Aussehen entscheidet darüber, ob man eine Person ins Bett bekommt. Charakter entscheidet... Ich esse heute hier, ich hab so Schokolade hier so. So, Milka, ganze Haselnüsse. Digga, ich hab gar keinen Bock darauf, das schmeckt so... So, das schmeckt so nach Schokolade wahrscheinlich. Ich habe eine Zusage für eine Wohnung bekommen, jetzt bekomme ich gerade die E-Mail, dass die Wohnung anders vermietet wurde. Oha! Stoffi verschenkt von Subs, Freunde. Und wir starten mit dem Hypetrain. Ei, Stoffi, dankeschön. Ich dachte, Stoffi hasst mich. Ich hab bei Stoffi immer die Vibe, dass sie mich einfach hasst. I don't know. So. So, all in all. So, all in all. Wird sie gleich sagen, dass sie mich kacke findet? Vielleicht. Tue ich auch. Guck, 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 Freunde. Tue ich. Tut sie auch. Freunde, wusste ich es doch. Ist das so eine Hassliebe? Das war jetzt nicht geplant. Ich wollte halt, Legit, mich nur strecken. Oh ne, das wird wieder geklippt, ne? Neißer Vater, ich glaub auch, Bruder. Ich wär einfach, wenn mein Sohn und meine Tochter gemobbt wird, Bruder, ich werd in die Schule kommen, ich werd ein Jahr trainieren, dann komm ich da hin. Aber seh halt so aus. Freunde, komm da so in die Schule rein. Auf den Tisch. So. Wer will hier nochmal mobben? Ich wär schon mal kostenlos, ne? Ich wär schon. Oh nein. 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 Ja wie er sich freut, Digger. Aber da joggst sich auch geil. Ich wär zum Marathonläufer, aber nur halt auf Wish gestellt. Meine Strecke, die ich immer gelaufen bin, war halt immer von hier vom Auto-Gym bis nach da hinten zum Steg. Das ist auch eine geile Strecke. Ich bin jeden zweiten Tag gelaufen, das war absolut ein Segen. Oh, jeden zweiten Tag Joggen. Ich bin im Schnitt. Krass. Ich bin mal sechs Kilometer gelaufen, so wie man es da gerade sehen kann. Das war Wodka. Boah, ich hab das so runtergeschluckt. Ich hab das so runtergeschluckt, Chat. Ach nee. Was für Flecken am Hals? Äh, Staubsauger. Ähm, aber ich höre... Geh raus. Geh raus, Mami. Stell mich zum Glück, dass du fast ein Abonnenten hast. Oh, Lenni, geh raus. Mann, raus. Das ist lang. Ich hab mal kurz gemutet. Ich hab mal kurz gemutet, damit man sich sieht. So, ich mach mal mich kurz auf Vollbild, Freunde. So, ähm. Huch. Wenn der Bruder nervt, ja. Ich wollte noch mehr Musik von ihr hören, Freunde. Ich wusste, es ist fucking Phil. Ich denke, es ist Phil und Tamina. Ich denke, es ist grün und... Weil... Ah, ich wusste es auch einfach. Ich weiß nicht, ab wann... Ab wann... Ab irgendwann. Werd ihr sehen. Ist Twitch Trivals heute? Nein, hab ich mich vertan? Ist das heute? Ist das heute? Ist das heute? Hab ich mich vertan? Nein, hab ich mich vertan? Hab ich mich... Nein, hab ich mich vertan? Fuck! Scheiße! Ähm, ganz kurz. Ich mach auch gleich ein Clip. Ähm, oder kann auch jemand von den Mods gerne machen. Ähm, wir machen den 50-Stunden-Stream, weil ich gesagt habe, wenn ich jemals Twitch-Partner werde, und das hab ich damals absolut nicht gedacht so, mach ich einen 50-Stunden-Stream. Ich hab immer nur... Ich hab immer nur 48-Stunden-Streams ohne Schlafen gesehen, aber ich hab noch nie einen 50-Stunden-Stream ohne Schlafen gesehen. Ich hab schon mal einen 36er gekickt und am Ende ging es mir doch gut. Und ich dachte mir so, was? Das finden Leute hart. Loser, wir machen einen 50er. Ja. Hm, was ist denn heute, Shit? Ich will noch nicht heiraten, das ist ein bisschen früh noch. Äh. Ich will meine Schwester nicht heiraten. Alabama-Joke! We got it! Ja, ich glaub schon. Okay. Okay, Jungs. Welcome to Babyface. Hey, fuck. 17-Jährige Jungs, kriegt man so easy rum, sag einfach, ich, okay, Freunde, ich, 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 ich redest auch nicht mit diesem Minderjährigen-Scheiß, okay. Sorry, chat, wir machen weiter. Äh, Mumm. Kuss, 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 Kuss. Hä? Bei mir ist der Musik einfach gar einfach random. Hey, wie hieß das? Der Puffmann mit den Mädeln in dem Dirndl schlägt nur wieder. Sag mal mit der Musik eigentlich so eine, ey? Doch die Maus ist immer leh. Was ist das? Da hinten kommt die Götter, die wirklich schlecht zu vergehen. Was ist das? Ist Rick immer am Lippen, oder was? Rick, was soll das? Das ist mega low. Jetzt ist wieder aus. Warum rip das Musso laut, sonst fühlt man das nicht true. Actually true. Es schlägt nach SUSP.